Schweineberg Geil! Nach Katka? Was ist das denn? Zum Krankenhaus? Ich wäre lieber für hier. Weil es weit weg ist. Ich werde nicht alles drehen. Na denn? Los! Ich muss halt geradeaus ganz fett geradeaus fliegen. Mal gucken, wo wir landen. Ich kann auch in den Bunker da eventuell rein. Ja, guck mal, manche machen jetzt schon ihren Fallschirm auf. Die wollen da hin. Wir können ja eher den Bunker anpeilen. Wenn wir ein Auto finden würden, könnten wir es abfahren. Hätte, hätte. Weißt du, wo der Bunker eingehen ist? Hinter uns ist einer. Hinter uns kommt einer an, ja. Und den könnten wir boxen. Der wird weglaufen. Das kostet viel Zeit. Und über uns, guck mal, da sind vier am Fallschirm. Die können sauweit fliegen. Da rechts ist der Bunkereingang. Frage, wollen wir den Bunker? Ja. Die sind wahrscheinlich mit dem Fallschirm schneller. Ja, die wollen auch zum Bunker. Zwei wollen auf jeden Fall zum Bunker. Wenst du? Ja, guck dir das mal an. Wenn ich hier jetzt in das Haus reingehen. Wollen wir links zur Halle? Ja, geh du doch da hin. Ich geh zur Halle. Über dir kommt grad einer runter. Hier? Ja. Ich versuch ins Haus zu gehen, mir schnell irgendeine Waffe zu holen. Ist aber noch ein Stück. Oh, ich bin schneller dann. Oh Gott, da kommt einer mit dem Motorrad an. Lass dich nicht überfahren. Er hat versucht mich zu überfahren. Da ist er, er kommt zurück. Fuck, er hat seinen Maid aufgesammelt. Die wollen mich wahrscheinlich killen. Hoffentlich. Ich komm nicht mehr rechtzeitig in die Links. Ich lau weg. Nein, nein, nein. Ich hab AK. Komme. Oh, die Mixer. Ja, die haben mich ausgenockt. Leg die beide um. Er fährt wieder auf mich zu. Die hauen ab. Herz mich, Herz mich. Kratz und ab. Freddy. Ja, du hast noch genug Leben. Schade. Einer ist fast down, auf jeden Fall. Sau ärgerlich, ey. Ich hätte für ein Glück gehabt mit dem Motorrad. Ich hätte noch ein bisschen näher kommen sollen. Ehm, dann lauf ich zur Halle. Ja. Kommst du mit? Weil ich hab nix. Ich geh erst da drüben. Zu Ende los. Nein, geh doch zur Halle. Nein, da bin ich komplett alleine. Ist doch egal. Und ich bin fast tot. Ja, okay. Wir sind doch fast, wir sind doch ganz am Anfang. Kann doch keiner warten. Aber Motorräder. Ja. Also wenn du Maddick Zeug findest oder so, sag Bescheid, ne? Die Hälfte des Dimage hat der eine getankt, die Hälfte, glaub ich, der andere. Ja, ich lauf zur Halle. Ich will, dass hier gleich eigentlich irgendeiner rumrennt. Oder die von hinten nochmal an die Halle rangefahren sind. Nee, die haben die, nachdem die... Da läuft einer zur Halle. Einer läuft zur Halle. Einer läuft zur Halle. Komm. Ist jetzt drin. Jetzt ist er drin. Ich hab keine... Ja, nimm mit. Dann komm hierher. Hier aus dem Bunker kommt wahrscheinlich auch in unsere Richtung, weil die Zone in diese Richtung ist. Oh, hier ist natürlich nur scheiß Unterhemd drin. Ich versteck mich erstmal hier. Der ist schon in der Hälfte drin, sagst du? Ja. Guck, ob er rechts rausgelaufen kommt. Die Halle ist... Die Halle ist groß. Ja, ich seh ihn da unten rumrennen. Komm mit mir mit. Ich tu dir vor der Halle was trocken. Wenn das hier aus dem Bunker jetzt nicht rauskommt. Hier an dem Baum werde ich dir einen First Medic Kit hören. Ja, drop, drop, drop. Leg den Wichser an. Liegt. Best Dank. Boah, best... Boah, er ist hier rechts rausgelaufen. Rechts raus. Mach rechts. Nice. Leg ihn um. Leg ihn um. Leg ihn um. Geh du rein, ich guck. Ja, der wird doch alles gelootet haben. Der hat ja nix. Ist ne Pistole 5,5. Hier ist ne M14, ich nehm sie dir mit. Ah scheiß und noch ne Schrunze. Komm, komm hier. Ich leg's in die Halle rein. Die M16. Ja, der hat nicht viel gehabt. M16 liegt in der Halle. Hätte er mal die Tische gelootet, der Idiot. Oh, hier draußen ist noch Medic Schizzle. Rucksack, falls du brauchst. Level 1 hab ich. Am Ende der Halle wo ich bin. Oh, zwei Medic Dinger. Wo liegt die M16? Hier, da. Da, am linken Eingang. Hä? Hier. Jetzt hab ich's. Hätt sich mal umgekriegt, Digga. Hätt sich wehren können. Level 2 Helm. Aber wie kommt man denn hier oben hin? Gar nicht, ne? Ah lol, hä? Du hast schon ein Level 2. Nee, für dich halt. Oh, das ist echt strange. Was haben sie sich denn dabei gedacht? Ok, wo gehen wir hin? Wollen wir... Wollen wir... Ich hab nur 30 Schuss noch. 34. Dahin? Dann so über die kleineren Käfer, weil da gibt's noch ganz guten Loot meistens. Mal gucken. Scheiße. Jetzt wirst du uns entscheiden. Bald du ein Auto hast, musst du sofort zu Objekten rennen, um dich dahinter... Hätt's an dem Baum bleiben müssen. Den einfach hacken müssen und warten, bis ich ein Dingens find. Ja, ja. Ich mein so. Ärgerlich, dass ich den nicht gekriegt hab. Keinen von denen. Die haben gut geblutet, die Jungs. Egal, die müssen ja nur zwei Ärztekoffer finden. Ja, trotzdem. Hat die bestimmt auf jeden Fall verlangsamt in ihrem Vorgehen. Auf jeden Fall. Ja. Ich guck mir hier rechts noch in den Häusern rein. Hier ist ein Fahrzeug. Da links ist ein Typ, der sieht mich. Der weiß aber nicht, dass ich ihn sehe. Ich renne jetzt zu den Häusern weiter. Ich tue so, als würde ich ihn nicht sehen. Der ist dabei im Stein. Ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Dann können wir ihn von zwei Seiten engagen. Der ist hinter dem Stein, gell? Jetzt nicht, der ist ins Gebäude reingelaufen, glaub ich. Was für ein Gebäude? Ich seh ihn nicht mehr. Das ist in den kleinen Bungalow, glaub ich. Oh, hier ist jemand. Ah nein, Häuser sind oben, erst oben. Oho, ich muss in den Decken gehen. Auf dem Balkon ist einer. Über mir. Hier? Könnte schießen. Auf dem einzigen Haus mit dem Balkon. Der guckt in seine Richtung. Weil ich pack noch Pistole aus. Fuck den ab. Er läuft rein. Er ist reingelaufen. Wieder ins Gebäude. Hier bei mir? Über mir ist auf jeden Fall einer. Links von uns ist auch noch einer. Das war ein anderes Team. Ich hab den auf dem Balkon reingescheucht. Der ist schwer getroffen. Er hat vier Hits kassiert. Ich bin fast down. Nice. Komm her, ich hab einen Medic. Oder ich komm zu dir, warte. Ich komm zu dir, ich komm zu dir. Hier ist denk dran, hier ist noch einer. Komm zu mir und dann musst du mich decken. Und denk dran, da links ist auch irgendwo einer. Dropped. Ich geh hinter den Mülleimer, weil der links könnte mich sonst erschießen. Deck mich bitte kurz. Klar, hier kann doch gar kein Auto sein. Einfach so. Komm. Warte. Deck mich bitte. Wir sind also in dem einzigen Gebäude mit dem, da oben. In dem Gebäude. Da sind die drinnen. Ja komm hier, deck mich. Ich bin dabei. Ich bin jetzt ready. Wir können ja auch später looten. Ich kann von rechts rein, wenn du willst. Du meinst wirklich von zwei Seiten? Wir haben einen Gegner. Komm rein. Oh, hier rechts. Down. Hast du? Ja. Ja. Nice. Vier mal Scope. Danke. Du hast ihn noch angeschossen. Level 2 Gäste kann ich nehmen. 5,56 Moon noch. Ja, hol ich gleich. Hol ich gleich. Gucken. Nicht, dass hier noch einer ist. Nein. Kann doch nicht sein. Ist doch ein Team jetzt. Ich loote erstmal die draußen. Ich nehm die 5,56 von denen mit. 5,56 hat genug Munition dabei gehabt. Ich brauche nur noch 7,62 ein bisschen für mich. Abänder hat er auch gehabt. Ich brauche mal einen Red Bull oder so. Ich mach mal, ich mach die Türen zu. Nicht, dass hier irgendwie ein Team her sich beschlichen hat. Ja. Ja, wie gesagt. Der eine da rechts auf dem Feld, ne. Der ist immer noch eine Gefahr. Der weiß, dass wir hier drinnen sind. Der bei dem Stein war. Oh, links bei dem Feld, besser gesagt. Wenn man das gesehen. Oh, choke. Nice. Ich brauche eine Pumpgun dabei jetzt. Voll ausgemacht. Hast du ne, hast du ne Red Bull? Ja. Ja, ja. Nimm den mal. Ich hab ne Idee, ne. Penkel hab ich. Bei welchem Stein eigentlich? In welcher Richtung? Ähm. Westen. Westen. Also Zonenrand, Zonenrand ist hier gleich, ne. 5,56 liegt hier im Flur. Oh, hier war noch. Brauche ich genug Munition. Okay. Zone. Wir müssen weiter, Paddy, ne. Oh, hier ist ja ein Level 2 Helm. Ah, ich hab doch ein Level 3 Helm. Was mach ich denn? So, was machen wir jetzt? Wollen wir laufen? Ja, ne. Da hinten kämpfen welche? Ja, klar. Dann los. Dann lass uns los. Dann lass uns los. Ich hab nur, äh, äh, 17 Schuss noch. Da in die Richtung, wo ich jetzt gucke. Da war der. Warte, warte, warte. Bei mir hängt grad alles. Mein Game ist, glaub ich, abgekackt. Hallo. Hallo. Paddy bin ich noch da? Ja. Ja, du rennst gerade aus. Du hast High-Skicks bei einem, äh, wenn du abstürzt, würdest du auch immer weiterrennen. Ja. Also das Game ist einfach abgestürzt. Ja, also das Game ist einfach abgestürzt. Echt? Ja, also ich hab, die Exer hat sich einfach geschlossen. Ja. Dann ist er kurz zu, wie er Counter-Strike spielt. Dann bist du jetzt Bay. We are sorry that this crash occurred. Please help us track down. Dann bist du jetzt Bay. Du rennst über die, äh, freie Fläche und da guckt einer auf dich. Nice. Und da ist er ausgelockt. Fall ich einfach um? Oder schießen die? Du nicht. Und da hab ich keine, hab ich keine Moon mehr. Ingo, Donny, wollt ihr ne Runde bitten? Ja? Ich hab ja gefragt, wie, äh, wie viele Leute noch leben bei ihm. Achso, Paddy, wie viele Leute leben noch? 44 und du rennst grad glücklich geradeaus. Nice. Er wird wahrscheinlich länger überleben als du, Alfa. Wahrscheinlich. Ich stürm die grad. Obwohl er über auch viele Fläche drückt. Ich stürm die grad mit einer Pumpgun, weil ich, äh, keine Moon mehr hab. Gott sei Dank, Mann. Gibt's ne Pumpgun. Und da hab ich sie gekillt. Ey, ja, toll. Das ist so ein generik, äh, Shangelock-Eintracht. Aber lass ich ihn sagen. Nah, 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 nah. Was ist, äh, a3 Breaking Point? War ein Wahnsinn, ne. Na Mod anscheinend, oder? Damit haben sie nicht gerechnet. Oh, ein 8-Marscope. Dat ist schön. Okay, Breaking Point anscheinend sowas wie DayZ halt für Arma 3, aber besser anscheinend. War schon drei Jahre alt. Da ist jetzt natürlich schade, dass ich hier alleine bin. Ärgerlich. Gucken, wie weit ich nur kann. Martin will wirklich weiter. Ich hätte ihn gerne erschossen und benötet. Da musst du mich auf die Beine noch konzentrieren. Martin muss auch in die Zirkel. Der rennt gerade aus dem Zirkel raus. Haha, das ist ne neue Taktik. Level Edge. Wir haben jetzt ein 8-Masko und ein 4-Masko. Und ne SKS. Ach du. Unvoll gemoddete... Ah, wie heißt es? K.L. Bin grad an der Stelle, an der eh nie einer ist. Naja, komm gehe ich mal. In meiner ist ja eh keiner dran. Und da höre ich ein Auto kommen. Da unten fährt. Fährt zu den Häusern, wo eh nie einer ist. Ne, fährt dran vorbei. Es sind aber auch die Türen öffnen. Met 1 zu 1, knocked outside the playzone. Pfff! Classic! Oh, was ist das denn da oben? Ich habe keinen, der mir den Rücken kammern kann. Das ist ärgerlich. Okay. Ah! Weiß man nicht, ob man dann gaiten soll oder abhauen soll, oder? Ja komm, ich spiel aggressiv, weil jetzt wartet ihr ja auf mich. Mach ich so. Kale's here! Kale's here! Arsch! Mögel Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Und zack, sechs, sieben Kills Und die Zone frisst mich Otto Warmbier Das ist ein geiler Name, ich bin Amerikaner Mehrere Parteien bekämpfen sich außerhalb der Playzone Und das ist ein geiler Name, ich bin Amerikaner Ja, sind dann auch Johnny und Ingo dabei? Wobei? PUBG? Nein, noch vor, vor Ja, warte jetzt, Pupke oder mehr noch vor? Nein, noch vor, aber beide dabei Was sieht, wie sieht Ingo das? Beiden dabei Okay, wie sieht Patrick das? Backbau Also, Man of War Auch okay Dann beende ich schon Warum machen wir denn, was Johnny will? Machen das, was drei Leute wollen Ah, ein Compensator PUBG wollen Autos, weil du dir redest Müssen wir halt ein Strawport machen Das, was am meisten Worts kriegt, das wird gewählt, okay? Erst mit Nein, Johnny Warum? Das wäre fair und demokratisch Fair und Transcend Wir leben aber in der Diktatur und ich bin der Führer Ja, ist das so? Ja Das wollen wir mal sehen Ich glaube, mit Martin hätte ich locker Platz 1 gemacht Ich habe am Anfang mit dem Baller gefallen Wer gerade nicht der Hackenging nicht reingefahren Hätt's geschafft Wer nicht reingefahren? Der Hackenging? Der Hackenging, der Hackenging, der Hackenging Aber ich finde ich cool, dass er den Namen kennt Der einzige Name, den er kennt wahrscheinlich Oh, was ist das für ein Scheiß Die Sache ist ja, dass ich da Technikplatz 1 war Aber da ich den aufgehalten habe, habe ich dann eine 5 Platzstrafe bekommen Tja, hätte er dich nicht aufgehalten Ja, ist ja wirklich so Ich war auch erster Platz, Alfa Ja, war's Aber dann nicht mehr Ich habe die beste Zeit gefahren 19 noch am Leben Bist du tot, Alfa? Nein Dann kannst du doch immer noch gewinnen Ja, ja Ich sag doch, mit Martin wäre das ein Easy Win gewesen Vor allem, ich habe so geile Ausrüstung gefunden Gibt's gar nicht Ja, Johnny, machst du auf? Nicht machen Das ist lieb Das ist lieb Okay, okay, okay. Jaja, hab ich das mal wieder gesagt für den Ruf? Ja. Wo der nicht ergrampt hat, ne? Jaja. Johnny's pro place. Dann bockt er mich auf, der Wichser, ey. Kommt jetzt mit, du wärst jetzt keine Runde. Neun Kills. Irgendwo kommst du online? Beruhig dich mal. Da seht's schon wieder mit der Lose. Oh, da links sind sie. Gar nicht gut. Ich dachte, wir wollten ein bisschen flippern. Ey, wir haben uns doch gerade geeinigt, dass wir zu viert... ...hörner vorspielen. Tsch, tsch, tsch. Bitte. Du musst jetzt Steps hören. ...hier. Richtig schlecht, Digga. Guter Schuss. ...hier. white. ...hier. Wir haben alle schon wunderbar gespielt. Das ist richtig dumm. Wir sind jetzt halbverwundet im Berghof. Acht Leute noch im Leben. Wir sind jetzt halbverwundet. Und ich bin sandwiched. Bei sieben Leuten live. Aber ich bin im Kreis. Wer sieht die Rechner schreiben? Ist das gut Alpha? Ja. Ein bisschen zu spannend mein Geschmack. Das ist lustig. Ich will die nicht kicken. Ich kicke, dann kommt der einfach wieder. Und elf geht's. Ich würde den auch nicht kicken. Warum würde der nicht wollen? Ich meine, der Ali-Charlzen wispert zu mir. Kicken. Drei Leute live. Und ich muss engagieren, weil die hatten gerade einen Kampf. Und wenn ich's so krieg, dann in nem Kampf. Oh. Nigger, nigger, bitch, nigger, nigger. Nigger, fat chicken, nigger, wanna milk, nigger, bitch, nigger. Schade. Warum, Toni? Warum soll ich das echt sagen, warum? Das ist ärgerlich. Zweiter Platz bin ich gewonnen. Mit Martin. 100% gewonnen. 100%. Ey, wie kann der denn schon wieder diesen? Ärgerlich, Martin. Ärgerlich. Achso. Achso, Toni, der warte nochmal.